Bevor ich in irgendein Gebiet fahre, geht es erstmal so los mit der Recherche. Und zwar, sag ich mal, vom Großen ins Kleine. Erstmal grundlegend anfangen mit, was die Geschichte des Landes, des Konfliktes. Also das kann zum Teil Jahrhunderte zurückgehen. Wie ist die Lage in den letzten Jahren, Wochen und Monaten geworden? Dann auch noch gerne mit Kolleginnen und Kollegen austauschen, dass man wirklich spricht mit Leuten, mit Journalisten, die gerade vor Ort waren, die vielleicht Sachen erzählen können, die nicht so in den Artikeln stehen, weil sie zu unwichtig sind für die breite Masse, aber die für uns als Journalisten sehr wichtig wären.